Jetzt kommt mein vierter Geschenktipp, etwas Besonderes für Kinder. Und zwar gibt es diese ganz großartige neue Kids Collection. In dieser Kinderkollektion sind sechs unterschiedliche Öle drin, nämlich alle in so einer Roll-on-Flasche, ganz einfach zu handhaben und mit diesen wunderbaren Aufhängern, sodass die also ideal am Schulranzen, an der Tasche für den Kindergarten oder wie auch immer halten. Und die kann man eben unbedenklich auch den Kindern in die Hand geben, dass sie sie benutzen, selbstständig. Kinder lieben diese Mischung. Im Übrigen dürfen auch Erwachsene die benutzen. Die sind nämlich absolut köstlich. Und diese Kids Collection enthält etwas zum Lernen, etwas zum Schlafen, etwas für das Immunsystem, etwas, was auch den Bewegungsapparat unterstützt. Oder wenn mal, wenn irgendwas passiert ist und man sich gestoßen hat, etwas, um einen ein bisschen gelassener zu machen und etwas, um einen ein bisschen mutiger zu machen und ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu geben. Das sind Thinker und Karma und Rescuer und Stronger und Steady und Brave. Und diese sechs Öle sind in einem Familienhaushalt mit Kindern nicht wegzudenken. Die Kinder lieben es. Und wie gesagt, auch in dieser wunderbaren Art und Weise, wie sie verschickt werden, wie sie kommen, in dieser Tasche mit diesen Kappen ein ganz tolles Geschenk. Jetzt wollt ihr wissen, was das kostet. Jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken. Moment, Moment, Moment. Das kostet, wenn man ein Kundenkonto hat, 110 Euro. Und wenn man keins hat, 146 Euro. Aber da lohnt es sich schon, ein Kundenkonto, ein Vorzugskundenkonto anzulegen. Ja, ein toller Geschenktipp für jede Familie, für jede Omi, die ihren Kindern und den Enkelkindern was für Gutes tun will. Eine super Idee. Aber da lohnt es sich nur anzulegen. Untertitelung des ZDF, 2020